Krieg ich nachher Ärger. Je flacher und je billiger die Witze, umso besser. Gut. Oh, da geht's auch los. Endlich. Also, ganz viel Spaß wünsche ich euch hier bei dem Showmatch. Team Alternate Female gegen Team Alternate Male.css So, Ovi wird es natürlich ein bisschen verbuggt. Achso, knifen tun sie sich noch? Ja. So aus. Jetzt fällt mir gerade ein, was noch viel geiler gewesen wäre, wenn ich ein Multilay HLTV hätte. mit Passwort, weil dann könnte ich Overlay und alles anmachen und trotzdem im Voice sein. Das wäre natürlich, ist mir jetzt aber leider erst eingefallen. Aber gut, vielleicht kriegen wir es für die zweite Map hin. Aber somit erst im Besten mal ohne Overlay vorlieb nehmen. So, die Mädels starten als Tee. So, kannst du was über die Aufstellung von den Source-Land sagen? Ähm, decken die auch so auf, äh, in Source? Ähm, das sieht irgendwie so einfach aus, ja. Okay. Das Y-Fast-Track-Mitglied hat die Bs verdraut. Boah. Kein einziger Frack bei den... CSS-Land. Retake-A-Banane. Boah, da wird nicht Amidate gecheckt. So, Crystal mit zwei. So, Pistol geht an die Frauen, die da irgendwie keine Probleme hatten auf dem B-Sport drauf. Ja, dieses, äh, Aufsicht in Banane reingecheckt, der da von, äh, den Alternate, also von dem CSS-Land, ist so Standard eigentlich auch in CSS. Ist hier halt eigentlich, ich weiß nicht, ob das in 1-6-Auto gespielt wird, dass man da schön aufsicht mal reinguckt, aber... Ja, kommt halt dran, aber Banane wird schon recht häufig reingespottet in der Pistole. Und dann zu viert am A gestanden. Bei Alternates sieht man bestimmt, also bei den CSS-Land sieht man bestimmt, zu viele Siegels jetzt. Ja, denken wahrscheinlich, die Giegel ist genauso krass. Aber Solek allein im Gang, der Rest ist so gut. Aber sie sind sogar vor B. Ich verstehe nicht, warum sie sich da verraten. Wenn die Mädels schlau werden, gehen sie jetzt da nicht rauf. Jetzt nochmal den Boost, immer noch alle am B. Bombe. Das ist eine falsche Mitte. Wer ist eigentlich Miranda, oder Miranda? Weißt du das? Guck grad mal, ähm... Weil den Rest kenne ich ja alle, aber Miranda sagt mir jetzt nix. Jetzt müssen wir es jetzt, dass wir mal Gang-Go machen, machen sie auch. MNL, oder Manuel, hat dann eine Galil bekommen. Jetzt wird er eigentlich noch versuchen, um Klammern zu ziehen. Aber er kriegt direkt ins Gesicht von Kati 2 zu 0. Also Kati, Niki, Beyond kennen man, IPSA kennt man. Ich weiß auch nicht, wer das ist. Also überhaupt nichts. Ich glaube, die ist auch nicht normal im Line-Up. Ja, das glaube ich auch nicht. Diese Irene heißt die, glaube ich? Ja, genau, Irene. Ich bin ja eigentlich die Namen. Oder ist die das? Na, ne Ahnung. Die waren ja auch, ähm, recht erfolgreich, soweit ich weiß. Auf dem ESWC haben die den nicht sogar letztes Jahr gewonnen oder so. Also mir wird gerade geschrieben, dass die neu im Team ist. Ah, okay. Sich selber nicht. Das ist echt... Extra für das Match geholt, würde ich mal behaupten. So, für's Check gefallen und sie schieben jetzt Bombe-Schieb drüber. Wieder zwei am B. Die haben schon wieder teilweise Deagles gekauft. Standard im CSS, ne? Ja, 6. Eher nicht. Eher nicht. Das weiß sogar ich. Das kommt halt drauf an, ne? Aber nicht zwei Runden hintereinander. Ich meine, jetzt haben sie in der nächsten Runde nicht so viel Geld. Wir haben das, glaube ich, fast nur so 4-2 oder so. Warte halt. Die Frauen rotieren auf jeden Fall auch gut. Jetzt ist aber da einer. Oh, man kann gar nicht kärfen. Oh. Krass rundherum. Ah, dreht er mal mal. Die Kiste nicht gespottet, äh, gecheckt. Felix ist 101 gegen Kati, die aber low ist. Wir haben die Bombe legen. Felix hat keine Waffe. Boah. Und da gewinnen sie die Runde, krass. Ich glaube, Crystal hat sich da in der Action in der Kiste versteckt. Ich habe es selber nicht ganz gesehen. Das wurde leider nicht gespottet. Kleine Flüchtigkeitsfehler. So, dann denke ich mal, schalte ich mal das erste Mal ins Voice. Bei den Mädels, mal sehen, was sie jetzt sagen haben nach der Runde. Ich komme da wieder hoch, ne? Jo. Ich komme da hin. Du wirst sie sehen, sie sind schlecht. So, dann schalte sie. Der Aim ist schlecht. Ich habe die Bombe. Sie sind von B und der Mitte. Sie müssen mit uns gehen. Mitte, nice, Kathi. Sie sind nicht B. Sie sind nicht B. Sie sind nicht. Sie sind nicht. Sie sind nicht. 1 in the street please AVP in the middle 1 dead Chill now, ok? Don't push We wait for them It's 3 on 5 Emery, can you flash us in the banana? Ah, no, 1 second too late Mirai, peek with me Peek with me, please Ok, wait Peek on 55 One outside B There's only one in B, so can we fake one middle? Wait! Fake one middle Talk to each other please I'm flashing Sorry Be quiet here, he's gonna push us Wait for him, push on A Ok, peek Go 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 There should be one more here Check the corners I'm white I'm white To the pool He's coming! I'm white To the pool Is that pool? Last one was A with AVP I'm really first Hit on potty Hit on potty It's the same inside house If I see him and miss I go B He doesn't see me from my back So you can play really defensive Ok He should save also Don't die please We don't have much money Save your own weapons Save your own weapons Cassie! Oh my god What? Oh my god Can we do three first? We have low on cash right? Yeah No names Ok then let's do the stuns I'll try to aim them out Ok? Yeah I'm running up tower Cathy Yeah Let's try to go back to our old gaming Where we peeked together in the banana basically Or that we ask Mel for a flash I don't have any flashes Ok nevermind But we still peeked together maybe I think they're going to stack They should have an eco Ok? Yeah Yeah So maybe me and Cathy can go back to Can pick P Ok? Is it ok? Yeah But please don't do anything I just want you to hold in the street basically The most go back to like the bridge or something Can we pick banana? Mhm Ok I'm jumping down now Yup You wanna jump? I flash one and you can jump Ok House One in house Still up in house Me and Cathy are trying to grab B One Cido Cido Can you hold my side? Yeah Two inside B Are we going B or? Three? Go A Yeah go A Go back Cathy Leave me Go carpet Yeah We're running Fast now please One long It's with seconds left One long I have to plant Protect her please Yeah Protect her Side side I'm planting Do it Big sand is not checked No one big I'm big I'm letting them coming from short They're coming from short I'm going to let them pass Ok I flash one long Yeah do it Tell me when you see them I'm aiming long from side I'm aiming long from side Here's street Don't die we're still poor Word Check all corners cause they're bitches One was library He's up middle Up middle Of course They all died Yeah Yeah I can drop Three first HE beat up the bomb Let's do UF No nades I dropped one I will just shoot Thank you I can't We have only one HE Ibsa For the B It's ok just go ok Like It's ok Yeah yeah Just use your aim Focus on the aim You know where he's gonna sit So just refire the motherfucking out of him I'm gonna flash one Do it Do it Ok Oh fuck sorry He's on the boxes Open for me I'm wide I'm wide I'm wide One pool We play a little bit of this On reload Just a little bit Just a little bit We have nades Only two Wait 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 Oh my god Yes Wait in house Mire Yeah Yeah they heard us here Can we do a retake I'm coming B ok No No It's happening B2 Sorry Yeah We need to try to track them out One house Can you come up? Wait 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 He dropped Big Sand I'm wide He has a big sound He flashed from here One is in the middle behind me One is in the middle behind me Answer the sound of that Adam Let's make one eco please Yeah So, ich melde mich zurück. So, drei Runden mal eben mit den Boys gewesen bei den Mädels. Ich hatte ganz vergessen, dass die ja auf Englisch kommunizieren. War jetzt dann kurz ein bisschen überrascht. Aber die Ipsa, die sagt ja ganz gut an eigentlich. Das ist ja fast am Dauerquatsch. Aber gefällt mir auf jeden Fall. Der Schein auf jeden Fall recht motiviert zu sein hier. Ich nehme das Spiel auf jeden Fall ernst. Die Eco wäre jetzt nicht so spannend. Fahrst du schon bei den Zwarland um? Nee, mache ich dann noch. Gehe ich dann die letzten drei Runden vielleicht rein? Oder jetzt in zwei, drei Runden oder so. So, die Mädels haben am weiterhin kein Geld. So, das ist doch auch ein bisschen offensiver. Hört mal auf, solche Comments zu schneiden. So, Bananen haben sie eingenommen. Haben da auf jeden Fall schon gute Kontrolle. Jetzt hagelt es aber auch Gesichter, 4 zu 4. So langsam. Ja. So, mal gucken, die Waffenrunde nachbarten. Dann stelle ich mal bei den Soas dann rein. Beyond bestätigt das sogar. Die Mädels haben auf jeden Fall immer einen selben Aufbau. Oh, Bananen sind schnell eingenommen. Gibt es da mit First Track? Die Jungs verschieben schon. Drei noch in der Banane. Miranda in der im Gang. Ich weiß gar nicht, wo die Bombe ist. Ich glaube, die baut immer mit über Teppich auf. Aber Crystal. Miranda ist nicht im Haus. Vielleicht hat Crystal nicht, jetzt haben wir gesagt. Zwei Mann am B. Zwei noch am A. Beiden am A spielen halt nur für sich. Felix schön gebankt. Das ist keine Muni mehr. Schade, da hätte ich bestraft werden müssen. Das haben wir jetzt erst eingenommen. Jetzt nehmen sie erst Banane ein. Bananen sage jetzt über Hess zu gehen. Und dann große zu Sandwichen. Und machen auch beide. Wo war denn das Sohle jetzt? In der Vivo, glaube ich. Der war Vivo, ja. So, Manuel von der Mitte noch. Miranda, gute Position. Niki allerdings nur mit 6 HP. Okay. Wir hören, da sollt er da auch mal spotten zur Action. Das ist jetzt auch. Doch noch einmal gutes Timing gehabt. So, ich schalte mir zu den Sourcelern und melde mich gleich wieder. Wo sind die Äther? Geld mir. Das ist doch so komisch. Weiß nicht warum, ey. Rechtsverkehr, ihr Bobs. Rechtsverkehr. Was? No, 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 no. Ne, Mitte. Ja. Wo ist ich immer mit Flasch da? Flasch mal drüber. Hältst du an, Solech? Ja, warte. Flasch. Die sind nicht blind. Die Cheapen, drei Stück. Alter, was ist das für ein Schamte. Kommt man nicht mehr weg, wenn man. Bleib hier. Ja, wir gehen drüber. Sind drauf, die könnte vergessen. Egal, wir retaken einfach. Wie wir es geübt haben. Warte, ich fläche vorne. Boah, was ist das? Gute Flash. Geht dann, glaube ich. Ja, Mann. Ich bin blind. Ich bin blind. Ich bin auch blind. Flasch mal einmal drüber, einfach. Aufsport Y. Y und Ballane. Y und Ballane. Wann, wann, wann? Ich dachte, ich habe Y, weil die Dichter einer noch. Y immer noch. Rechts. Jetzt links, links vom Y. Ja, das ist 9-6-Spiel. Die kleinen Spiele sind einfach so lächerlich. Wie viel Geld habt ihr? Ich habe 5-6. 2-3. Hö. Eko. Ja, Eko. Ich gehe mal mit auf Klein, weil die irgendwie nicht raffen. Was, oder? Ich weiß, es ist nicht blind, Mann. Ja, weil man in einem Text nie blind ist, Mann. Scheiß Franzosen. Wo sollen wir das wissen? Ja, ich bin nur blind. Ich sehe die Blasches nicht mal. Scheiß Goldene. Da, ja. Bitte. Alter, gut. Wer mich auch immer geblockt hat, ne? Alter. Bitte, Mann. Wut? Warum ist die nicht blind schon wieder? Die war eben schon... Klar, da geht's. Zwei noch Nutze. Einer links am Ferrari. Fertig. Rucksfall. Rucksfall on. Nein, die sind klein drauf. Hey, was ist das? Du hast ja gar nicht. Ja, ich hab hinter mir das jetzt gehört. Ja, also, das hätte ich falsch rumhauen. Los, Alter. Ich hab vorhin auch. Ich dachte auch, der war hinter mir. Wer war da vor mir? Außen, naja. Lass mich mal Banane machen, bitte. Was ist das? Guck mal, so wie wir jetzt gerade spielen, spielen wir teilweise auch im Sohn. Von dem Set her. Ich mach Banane. Das ist das selbe. Das ist so unternehmen, komm. Nein. Nein, bitte auch. Du bist so schlecht. Ja, stimmt. Alter. Alter, Manu. Oh, das ist so schlecht. Kommen die drauf? Ja, du bist halt vor meinem... ...dum ist halt vor mir durchgesprungen. Ich konnte halt nicht schießen, ne? Bitte Contax. Da ist aber schön, da bin ich blind. Da bin ich schön. Noch einer. Na, so. Ich bin blind. Irgendwas bin ich blind. Ja. Das ist krass. 2 Mitte hoch, die umrunden Spots. Dann langen du dich auf jeden Fall. Man, wenn du eine Banane inhaften, wird zwei gehabt. Hat er keine inhaften. Sonst hätte ich's gemacht. Ob du keine inhaften. Sonst hätte ich noch einmal so'n Blei. Ich bin voll für'n Arsch, ne? Einer Spot. Oder Action. Sand, noch Sand. Onspot. Nimm's. Ich seh gar nichts. Und Sand. Onspot, mittig Onspot, irgendwie. Da links bei der Kiste. Oder durchschießen. Böh. Was da für'ne Eule, Alter. Alle tot. Auch Waffe. Keiner legen. Kaufen oder Echo? Oh, die Ape. Nicht die Ape? Ja, was soll ich kaufen? Ich hab 3-1. Ja, Echo. Echo. Ja, ich hab gekauft. Ich rade die Ape in 4, um was mal aufzumachen. Mein Name ist was? Nein, ey. Das ist weg, Alter. Sind die schon ruhig? Nein. Der Punkt kommt halt immer so' Emo-mäßig, ey. Soll ich den von euch ane? Nein, vielleicht. Nee, der Punkt ist aufm Radon nicht. Was da? Ich bin voll. Einer mit zurück. Die mal wegkönnen. Ohhhh. Noch einer, Banane. Einer, einer Haus rein. Ja. Wie, wir sind bei euch gleich noch? Siegen, klein. Siegen. Ja, okay, okay, okay. Hauke, bitte. Bitte hoch zwei, einer Haus durch. Zwei Action, einer Haus durch. Alter. Reloaden. Von wo denn? Ich will noch gar nicht mehr ausgesehen. Ja, weil der kurz kommt. Ja, der rennt noch lauter, komm. Dann hören die uns noch früher. Aber da kommt der Bank. Keine Ahnung. Boah. Ey, die kommen so flashen, die kommen über die andere Seite hier. Mach noch lauter. Der kommt in die nächste Flash. Einer Sand, einer. Ach, wo ich weiß, der B. Uuuuh. Egal. Vier, vier Euro, du weißt. Ey, du, der kommt mal mit. Oh, nö. Oh, nein. Nein, ich mach ihn nicht. Nein, ja, ihr könnt, ihr, was hab ich nur kurz hier boosten, links. Ich folge nicht. Nein. Auch das macht ihr jetzt, weil ich jetzt endlich gekauft hab. Ja, dann. Was muss Felix machen? Was soll ich machen? Man braucht jetzt zwei. Ich mach First Pick mit. Mann, fick dich mit diesem Scheiß-Boost, Alter. Mann, jetzt komm her. Mann, jetzt komm her. Komm her, Felix. Hier hoch, Mann, da kann man... Nein, egal. Die verzerrt. Ich hab's noch auf, ich hol die. Geh nicht vor. Ja, du schickst direkt. Okay, die holen mich drauf. Komm, Banane. Drei. Och, Mann. Mitte unten, volle Sift, Mann! Alter! Du bist in Mitte. Sorry, Bro, du bist scheiße. Mitte dauernd. Bamm, badaaa. Nicht wieder Facing, Tim. Hier, Banane war einer am hintersten. Hör, da war's. Hörst du. 2 in Mitte. Keine Flash, so? Ich glaub, da ist keine Muni mehr. Die Mitte läuft zur Mitte. Pass zur Mitte, ey. Lang durch. Komm kurz durch. Halb, danke. Lang durch. Können City Base. Die schleichen. Banane sauber. Die sind lang durch. Ach, sag nur Bananen. Jetzt sind zwei Bananen... Die sind wo, ich lacht. Zwei Bananen. Hier und fort. Wir splitten den Kleinen. Wir splitten den Kleinen. So. Noch eine City Base. Wieso bleib ich von den Schüssen hängen und die nicht, mann? Was ist das? Schade. Könnt ihr mich jetzt letztes Dom da hupen? Ey, die hat 22,8 die EPSer, wollte mich natzen, Alter. Ey, jetzt boostet mich da mal hoch, bitte. Das ist die letzte Runde. Ja, und ich hätte 40,1 irgendwas so ausgenommen. Ja, boostet mich da einmal hoch, weil das ist... Boostet mich bitte. Komm mal mit, du Leckungfähig, das dauert eine Sekunde. Komm mal mit, du Leckungfähig, das dauert eine Sekunde. Komm mal mit, hier. Ich weiß, es war drei Netzer wieder. Einfach hier hinsetzen. Ich komm viel zu spät. Oh Gott, die Net. Ihr müsst euch stellen jetzt, stellt euch. Ich schieße mich ab, ohne dass ihr mich seht. Drei Bananen. Was machen wir gerade? Immer durch Schauer oder Rackenschauer. Was? Was? Ich bin hier jetzt alleine, und zwar. Ja. Geh mal wieder rüber. Deiner müsste halt Haus gucken. Ja, ich komm immer raus. Jetzt schießen die alle Magazine, die sie haben, weg. Ich kann rüberflaschen, wenn du wirst, Mann. Ja, flash. Oh nein, die sind da! Ich dachte, oh Gott. Mann, die sind zu gammelig, Alter. So krass. Krass. Ey, da kann man nicht mal rüberflaschen, will. Auf dem Faculty-Style. Ja komm, die alle. Das ist ein Sex allgemein. Ich hab nichts von stehen. Egal, wir ficken die als Hörer. Warum beliegen die nicht, Mann? Ja, weil sie lieber gammeln, wenn sie das. Ach, ich bin hier darf nicht vergehen. Ja. Ja. Hab ich. Hab ich. Lass mal raus jetzt, Mann. Ach, schnell. Wir lassen uns unsere Weiber-Anschlachten. Feindlich ist das denn, Alter. Ich geh mich da nahe vergraben, Alter. Schaffst du, Keller. Egal. Jetzt geht's los, Jungs. Terror. Jetzt geht's, jetzt geht's um... So, jetzt hört man mich auch wieder. Finden wir ziemlich amüsant bei den Jungs da im Voice. Das kann ich mir vorstellen. Ja, das... Man merkt auf jeden Fall, dass es keine Eins-Sechster sind. Vorhin kam die Frage auf, weißt du, was Ferrari für eine Position ist? Ich weiß es ja ins Haus. Ja, wo war das? Mitte unten, oder was? Irgendwie. In der Mitte unten, da steht... Ja genau, da steht normalerweise so'n... So'n rotes, kaputtes Auto ins Haus. Okay. Überm Fuchsbau. Ja, ja. Da können doch ruhig Ferrari sagen, dann müsste doch jeder wissen, wo das ist. Hä, was? Auch wenn da keiner steht. Die könnten doch trotzdem Ferrari sagen, auch wenn da keiner steht. Ja. Wow, First-Track für die... Jungs. Boah, Rego ist ein bisschen zu offensiv da. Die unterschätzen die. Nee. Schöne Hose von Rack. Ja, krass. Guck mal, geht die Pistole an die Sauce, da? Hätte ich nicht gedacht. Nach der ersten Halbzeit. Elf, vier war es, ne? Mhm. Okay. Jo. Okay. Let's go. Boah. Sehr schön. Boah. Boah. Ja. Boah. 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 Aber Crystal so, finde ich so jetzt von der ersten Halbzeit, der der am meisten rafft in den 1.6. Ich weiß überhaupt. Wie alt ist Crystal eigentlich? Der ist 18. Ist der jüngste im Team? Mhm. Okay. Ist er. Ich glaube, er ist auch, ich weiß nicht, dieses Jahr oder Ende letzten Jahres erst 18 geworden. Ah, okay. Deswegen halt auch die Flames, weil er so jung ist. Ja, ja, klar. Ist ja meistens bei den jungen Spielern so. Ja. So, 3 zu 0. Ich geh mal zu den Mädels runter. Mal schauen, wie sie die erste Crip-Round hier spielen. Okay, Cathy and... Mel, Kobe. Ja, ich bin sehr schnell. Ich bin sehr schnell. Ich habe sehr schnell. Ich habe sehr schnell. Ich werde ein Flames für mich. Niki, du mit mir halten. Okay. Okay. Spannende Leiter. Ja. Cordaro! Ich hab ihn gehofft Do you have a VB in Val? No, Colt Ok, I'm going to site They're flashing short They can be get I'm white, come in middle I can see One lock One house I'm white I'm library They're A, please Let's play Ich hab's gesehen. Oh my god. They're coming now. They're coming in. They're pushing for me, yeah. They're on the side. Yeah. One big sand, one hull. Sure. Okay, equal. Cathy, can you do Claypan or Mel? Yeah, sure. One go A. We stack B. I go A. Can you do it, Cathy? No. Can I put two of them? Just call. There's only one hit first. One hit middle. Two down middle. I'm hiding. Hey, do it. Do it. Put one. One of them. They're coming B. The one is on A. Huh? I don't know. The one is moving. Okay. If we go away. A. A. The one is moving. What? What? A. Okay, noch mal Kati, dasselbe. Okay, noch mal Kati, dasselbe. Ich gehe zurück. Es ist noch nicht die Blase. Vielleicht ist es ein Blase. Horsum, Horsum. Kati, kannst du bereit sein? Ich kann nicht erneut. Ich kann nicht erneut. Ich kann nicht erneut. Niki, ich kann nicht erneut. Eine weitere Bananane. Eine andere? Eine in den BANANANAN. Er ist lange, lange. Eine in den BANANANAN. Eine in den BANANANAN. Sie kommen von Cityspawn. Take care. Oh my god. Are we saving? Ja. He's long. He's going down mid. Okay. I can drop one. Yeah, I buy. Okay, drop me one. I buy. I buy. Do the same on B. It was my fault I got killed. Okay. Okay. Come on, let's get somewhere. Let's play more aggressive in the middle. Niki, I'm gonna start in the middle this time, okay? Okay. I have only one flash time. I'm trying to put your second flash. I'm trying to... I will flash you in the middle. Wait, I will flash you in the middle. I have one. In one. I need a flash. I need a flash. Care house. Smoke made. Wait. I flash you house. They're doing the same, I think. Party go back now. One bomb now. Smoke made. I have long. It's okay. Yeah. Me too. From library. Niki, do you still have one more flash? Yep. Don't put it. Defensive can be. Step banana. You need it in the middle. Now? Can you put the flash in the middle now? Yep. Do I have to beat long or... Yeah, yeah. The flashing B. Smoke's B. Leave, 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 banana. Yeah, yeah. One is still tower. Nice. Good job. One more BB. He has headshot. He's hurt. Simply now. I'm inside. I'm coming from banana. Wait for each other. Where is the bomb info? Don't know. I'm in banana. I'm holding library. Side ult. Baby dropped in the pool. It's in the pool? Yeah, yeah. The bomb is in the pool. He's gonna go aggressive on us. Yeah, he's hurt. Tell me when he takes it. I have side. I see the bomb. Side ult. Going back to... Let him pick. Yeah. No? Oh my god. He don't have the bomb. Now he picked. Pick the bomb. Oh god. Nice. But next time please don't split up that much. Yeah. He had three one on ones. Oh je-je-je. Da wäre die Runde fast nur mal an die Hose gegangen. Ja. Er krass. Hätte ich nicht gedacht, dass die Mädels hier noch so vielen Runden abgeben? Aber so langsam stellen sie sich auf das Spiel ein von den Soslern. Mein Bruder schreit gerade Dein Bruder? Ja Es läuft Fußball nebenbei Keine Ahnung, wahrscheinlich ist da irgendwas Tolles passiert Wen juckt schon Fußball, wenn ein Sex gespielt wird? Die Mädels nehmen wieder Bananen ein Er wird diesmal mit AWP abgedeckt Oh, wenn Kati jetzt ein Flecht kriegt Sehr schön Reload Sehr schön geämpft von Kati So wird er auch nicht blind Letztendlich kann sie auch ansagen Sehr schön Also langsam kommen die Mädels in Fahrt Dann gehe ich nochmal zu den Jungs rein Vielleicht wird es nur ein bisschen mehr geflamed Wenn es zum ersten Mapverlust zugeht Mit Hitpicksmoke, pass mal auf! Dripelnate Mitte! Banane HE! Ich smoke Banane weg Kann ich nicht Hausbußen? Waren schafft? Ja doch, kann man ja Aber brauchen wir nicht Banane kann aufhören Jan ist dann immer lang Lang hat Arbe, es ist los! Lang hat Arbe, es ist los! Smoke weg! Lang Hits? Das stehen zwei lang wahrscheinlich Nur kurz durch Ja, wir haben Wetter drin Hausdorn Was kurz durch denn? Nur in Hausdorn? Ja, weiß ich wirklich. Boah! Noch eine vorm Haus oder solchen Bibel Oh Mann, du stehst vor mir! Ja, schuhe! Den sind dritten Bist du da? Ja, ich wurde geblockt Ich habe eine neue Im Awe Wo war die? Der glaube Irgendwo Da ist noch eine Da ist es gekommen Da ist es gekommen Da ist es gekommen Ipsa is low Dein Radarbe Acht Ach man verarscht mich Lass doch Bananen, wir müssen mal einen einnehmen, sonst hinsicht die Obdämmen Ich hab kein Geld Schreib mal wie Geld ihr habt Ich hab zwei Gläs gekauft zu Bananen einnähen Ja, das ist halt eh es kaufen und dann Bananen naden wir Lebe mal die HE auf, ich smoke erst, weil dann ist die nämlich vorgekommen, da links vorne hin und dann naden wir, ok? Gebe die HE mal auf Was wird das? Ja warte Wenn die Flash dann naden wir Soll ich anrennen und nimm sie mal ein bisschen Kommt halt gar nix, ey, ich bin da hinten leider Die kommen gleich, die kommen mal zurück Die kommen gleich, dauert n bisschen Flash dann drüber und dann kommt die eben mal rum Jetzt kommt die auch nix Ja schon Ja schon Ich war zu früh, bro Jetzt Flash Jetzt Flash Schön Noch eine, gleich ums Hack, gleich ums Hack Zweiter Slash on Spot, die ist blind oder? Eine Spot Spot, spot, spot Spot und sind noch blind, alter Spot low, spot low Komm doch hin Die war gefangen Ja hinter uns schon Ja hinter uns schon Alle Runden für Draw, oder? Ja, machen wir jetzt aber Ja Ohne Witz, Mitte ist voll easy eigentlich, aber du musst dein Haus durch Felix, du darfst nicht zurück Weil du hättest da zwei Facts machen wirst du direkt raus Du kannst hier im Haus dann selber smoken oder rausspringen Ich kann hier auch Ich kann hier auch Kein mittel zu dein Haus, passt doch Ohne ich kann da nicht vor so lange, dass noch eine steht, ich muss die erst holen Ja ich komm nicht hier raus, gehen zusammen Weil die Flash-Stimmung geht dann durch Ich kann da nix machen Mit der Flash Alle blocken Ja du bleibst stehen Blocks eine Nate, Banane So sorry House of Glob Ja aber noch eine Nate Drei oder vier Banane genäht Die haben Banane eingenommen, ne? Weil die haben offensiv gesmoked Ich bin mit da oben Eine CT-Bogen House of Nate, doch Da kommt gleich ne Flash Ich kann Sandflash Leck dich Flash Eine Bibli und eine Spot Eine Bibli und eine Spot Die sind raus komplett vorne Zwei noch A Ah die sind zu viert auf groß Zu viert auf groß Was? Ich lösche mal raus, ich lösche nochmal raus Die CT-Bogen, Video, Spot Warte, ich lösche mal raus Geh mal raus jetzt Wohl, Alda Alda, ich ne Spots sind zwei Spot Noch einer Spot Wacht Na, Mann Ne Noch mal Spot drauf Gut, es kommt da eine Was? Wir Clashen, Achtung Gleich haben wir lang weg Wir müssen Bombe legen, Junge Geh Ruhe, Ruhe Gleich kurz weg, wo ist die Bombe? Weg mal Erlebt die Scheiße Alter Noch einer Mann, das gibt's nicht Ey, wie lange ich für kurz sind Zu töten brauchen, ne? Nein, wie kann man so lang Diese Scheiße Und da ist es vorbei Jo Karte Marmelade Tja So, was warst du heute mit den Nuke, glaub ich, ne? Hmmmm Oder Tuscan, eins von meinen Äh, ja Ich schau nochmal kurz Ja, Infi-Nuke, Tuscan, genau So, bin ich mal gespannt Also, so wie ich die ersten Web urteile Sollte es schon an die Mädels auch hier gehen Aber vielleicht sind die Jungs ja auf Nuke Besser, wer weiß So, ich mach mal Kurzes Werbepäuschen Hau ein, zwei Spots rein Wie gesagt, nochmal der Aufruf An alle, äh, Adblock auszuschalten Wenn ihr meinen Stream anhabt Oder mich auf Facebook zu liken unter facebook.com Slash BumumTV Wir sehen uns gleich wieder hier Bei der zweiten Map Den Nuke Zwischen Alternate Female Und Alternate Ähm Male Punkt CSS